Mein Name ist Roland Jonas Bialke. Heute ist der 19. Mai 2022 und ich habe was ganz Besonderes für euch. Ich möchte euch das ICO von Jogrosos Capital vorstellen. Ein ICO ist ein Initial Coin Offering und ihr könnt gern auf den RAV-Link in der Videobeschreibung gehen und darüber diesen COIN, diesen LUCA-Token von Jogrosos Capital kaufen. Vorneweg, dies hier ist keine Finanzberatung, sondern der Podcast dient einfach zu Unterhaltungszwecken. Wenn ihr in etwas investiert, recherchiert darüber selbst gut und dann investiert. Erstmal vorneweg, was ist Jogrosos Capital? Jogrosos Capital ist eine Firma, die durch den Verkauf von einem Token, und zwar den LUCA-Token, Kapital erwirtschaftet und dann Kredite an Firmen vergibt. Das ist jetzt aber nicht so besonders. Was das Besondere ist, ist, wenn du diesen Token kaufst, diese Kryptowährung kaufst, dann hast du ein Mitbestimmungsrecht darüber mit diesen Token, an wen die Kredite gehen. Das heißt, du kannst bestimmen, ob das an eine Firma geht, die einen guten ökologischen Zweck hat. Also, du kannst, wenn du auf Technologie stehst, kannst du bestimmen, dass Kredite eher an Technologiefirmen vergeben werden. Und das ist toll. Du gibst halt nicht bloß dein Kapital aus der Hand, sondern du kannst selbst mitbestimmen, wie dein Kapital verwendet wird und wie dann auch die Marge ist, wie dein eigener Profit ist. Darüber hinaus, also ein Initial Coin Offering, das ist halt ein Angebot, eine Kryptowährung zu kaufen, bevor sie frei auf dem Markt verfügbar ist. Das heißt, du hast die Chance, wenn du auf diesen Rev-Link unten in der Videobeschreibung gehst, diesen Coin, den Luka-Coin zu kaufen und später wird er von viel mehr Leuten gehandelt und steigt dann sehr wahrscheinlich auch im Wert. Genau. Darüber hinaus bietet Lucrosos Capital auch noch so eine Sparbuchfunktion an. Im Internet heißt das Staking. Da kannst du dann praktisch deine Luka-Coins vermehren. Das heißt, du gibst praktisch anderen dein Stimmrecht und bekommst später dann halt mehr von diesen Luka-Token zurück. Von diesen Luka-Coins zurück. Das ist eine total tolle Idee und gerade ist es so am Explodieren im Internet. Das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich damit großen Profit machen. Also das ist auch so, dass dieses Initial Coin Offering jetzt bei Stufe 19 angelangt ist und insgesamt gibt es 100 Stufen und bei jeder einzelnen Stufe wird der Coin, der Luka-Coin um 1% teurer. Das heißt, umso früher du einsteigst, umso mehr Profit machst du allein durch dieses ICO, durch diesen Vorverkauf praktisch. Genau. Und dann noch was anderes Tolles. Also diese Coins, diese Luka-Coins, Lucrosos Capital hat es gemacht, dass die auf eine Billion Coins limitiert sind. Das heißt, es wird nie mehr geben als eine Billion von diesen Coins. Nicht mehr als eine Billion Stimmen. Das heißt, du kannst ganz genau sehen, wie viel Stimmrecht du selbst hast. Und dazu ist dann noch dieser Lunar Coin. Äh, Lunar Coin sage ich jetzt schon. Dieser Luka-Coin. Bei Lunar Coin war das genau anders. Der Lunar Coin war inflationär. Der hat sich immer wieder vermehrt. Aber hier gibt es eine Höchstgrenze. Beim Luka-Coin. Und das ist so, dass der sogar deflationär ist. Das heißt, die Menge an Luka-Coins nimmt ab. Und zwar gibt es nach diesem ICO auch einen Rückkauf. Und dann werden diese Luka-Coins, die rückgekauft werden, praktisch verbrannt. Und dadurch gibt es insgesamt weniger Stimmrecht. Und insgesamt dann weniger Token auf dem Markt. Das heißt, weniger Angebot. Und die gleichbleibende Nachfrage oder eine größere Nachfrage bedeuten auch immer, dass mehr Wert entsteht. Und tatsächlich wird es so sein, dass der Luka-Coin von Lucrosus Capital im Wert ansteigt. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so jemand, der mit Kryptowährungen spekuliert und darauf spekuliert, dass der ansteigt. Sondern du hast dann auch, also daneben, neben dieser Spekulationsmöglichkeit, die ich jetzt selbst nicht empfehle, hast du die Investitionsmöglichkeit. Das heißt, dass durch den Kauf des Luka-Coins, dass du durch den Kauf einfach Geld gibst, das investiert wirst und damit dann nochmal Profit machst. Genau. Geht auf diesen RAV-Link in der Videobeschreibung und investiert in Lucrosus Capital. Kauft euch den Luka-Coin. Tatsächlich, sehr viele Menschen sagen, dass es eine hundertfache Steigerung gibt. Und Lucrosus Capital selbst gibt auch an, wie viel Profit möglich ist durch den Kauf des Luka-Coins. Ich hoffe, ihr profitiert von meiner Empfehlung. Wie gesagt, bloß eine Empfehlung zu Unterhaltungszwecken. Rechattiert nochmal selbst, aber geht auf diesen RAV-Link und investiert in Lucrosus Capital. Kauft euch den Luka-Coin.